Ok, jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part. Heute möchte ich euch mal fragen, was ihr denn so als 20 Abonnenten-Special haben wollt. Also ich hätte keine Facecam, also Facecam könnt ihr euch schon mal streichen, aber auf alles andere werde ich darauf eingehen, ja? Also ganz ehrlich, ihr könnt irgendwas in die Kommentare schreiben und ja, ähm, was wollt ihr denn als 20 Abonnenten-Special, hm? Schreibt mal irgendwas in die Kommentare und ja, irgendein 20 Abonnenten-Special in die Kommentare. Und Leute, ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, wo die 20 Abonnenten geknackt haben oder was ihr auch immer als 20 Abonnenten-Special haben wollt. Facecam? Nein? Facecam? Nein, ja? Auf jeden Fall, Leute, war es das mit diesem Part und tschau. Leute!